Musik Lettland-Fortland, das ist für mich Möglichkeit, zu treffen meine Freunde und Freundinnen, und allgemein einfach Lettland hier in Stuttgart, in Mitte meines Herzens einfach hier drin fühlen. Musik Musik Und damit, was wir als Herzen reinsteckt, wollen wir auch anderen zeigen, was Lechland heißt, was die Möglichkeit geben lässt, Lechland hautnah zu erleben. Genau, einfach Lechland hier im Stuttgart erleben. Und das, was wir mit diesem Projekt anbieten, sind verschiedene Veranstaltungen, inklusive Kinoabend, Tanzabend, auf Ort zum Beispiel sind wir bei einem Tanzabend dabei, gibt es auch Musikabend, auch mit Studenten, mit älteren, mit junger und mit alt. Und jeder hat die Möglichkeit, Lechland hautnah zu erleben. Genau, für mich Lechland hautnah ist mein Lebensstil. Das war ein Kino, nicht? Einfach, einfach zusammen. Lechland hautnah!